So, ich habe hier eben für euch alle Aufgaben soweit hochgeladen, zumindest mal die normalen Aufgaben, die vielleicht eventuell ein bisschen Probleme machen. Ein, zwei sind glaube ich noch da, zum Beispiel Barren ausgeben und noch irgendeine simple Aufgabe. Aber ich habe jetzt einfach mal ein, zwei Runden normal gespielt. Ja, ich will es nicht angeben, aber ihr seht schon, das ist der Hängerkleider für den ersten Sieg in der Season. Ich habe irgendwie immer das Glück, am ersten Tag kriege ich meinen epischen Sieg hin und danach gefühlt erst mal drei Wochen gar keinen mehr. So, wie gesagt, das ist der Kleider für den epischen Sieg. Jetzt kommt aber noch, Achtung, haltet euch fest, jetzt kommt natürlich noch der I-Punkt, nämlich, es war auch noch, hallo, aha, ein Kronensieg. Also mein erster Kronensieg. In dem Sinne, ihr wisst, wie der Kleider aussieht, wir können uns dem Ganzen gerne nochmal Spind angucken, aber ich werde ihn definitiv nicht spielen, weil er überhaupt nicht mein Geschmack ist. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wir hatten hier schon mal so einen, warte mal, ich gucke mal gerade, welchen ich meine. Der hier ist auch so ähnlich. Wir haben inzwischen schon drei oder vier runde Teller, in Anführungszeichen, da auch rund. Aber das meine ich nicht, warte, wo ist er? Da, der ist so ähnlich, dann der ist so ähnlich, der ist auch fast so ähnlich, dann der... Ich weiß nicht, ein bisschen was anderes hätten sich so einfallen lassen können. Inzwischen haben wir nur noch runde Schirme. Also erstmal danke für den Sieg und... Ach, danke für den Sieg. Erstmal danke fürs Zuschauen und in dem Sinne euch viel Glück bei eurem ersten Sieg. In dem Sinne, haut rein.